Wie schön, dass Sie wieder dabei sind bei Lebenslust. Also, ich liebe Saunabesuche. Hinterher bin ich immer ganz entspannt und ganz nebenbei stärke ich noch mein Immunsystem. Was ich allerdings immer wieder mitbekomme, viele der Saunagäste sind unsicher in Bezug auf die Saunaetikette. Genau deshalb haben wir nachgefragt. Über 4000 Tonnen essen wir Deutschen hier von pro Jahr. Es ist echt viel, finde ich. Und eigentlich ist es noch viel mehr, denn die Kokosnuss ist mittlerweile auch in Mehl, Müsli-Riegeln und sogar hier in Chipsform in den Regalen im Supermarkt vertreten. Ob diese neuen Produkte wirklich gesünder sind als unsere herkömmlichen, das wollten wir natürlich wissen. Also, ich bin ja im Supermarkt manchmal leicht überfordert, einfach weil es von allem so unheimlich viel und in unglaublich vielen Varianten gibt. Also, wir haben da Leitprodukte, glutenfreie Speisen, bis hin zu Lebensmitteln ausschließlich für Sportler. Tja, da ist schon mal die eine oder andere Mogelpackung dabei. Worauf müssen Konsumenten eigentlich besonders achten? Die Antwort hat unser Rechtsexperte Ingo Lenzen. Ich mache ja mittlerweile immer öfter und vor allem immer lieber Urlaub in Deutschland. Ehrlich, wir haben aber auch so superschöne Ecken. Sylt zum Beispiel. Denken Sie, da fahren ja nur die Reichen und die Schönen hin? Dann passen Sie jetzt mal gut auf. Meine Kollegin Sina hat nämlich die Insel besucht und einem echten Insulaner Geheimtipps entlockt. Haben Sie eine Idee, was ein Weinkarton mit Schuhen zu tun haben könnte? Angeblich soll der Weinkarton das Schuhregal ersetzen. Wie das funktioniert, das zeige ich Ihnen jetzt. Chian aus Potsdam ist Kunststudentin und soll im Auftrag ihres Vereinskollegen ein wenig aufgehübscht werden. Tja, wer könnte das denn wohl besser als unser Styling-Profi Holger? Ja, das war's für heute. Ich sage Tschüss an dieser Stelle. Ich freue mich auf nächste Woche und dann sind Sie hoffentlich wieder mit dabei. Bis dahin, alles Gute! Bis dahin, alles Gute!